ja liebe leute hier sind richtig damit herzlich willkommen nach so einer langen pause zurück zu assassin's creed syndicate wir machen heute weiter eigentlich ja es hat lange lange gedauert das lag aber auch ein bisschen an beruf und alles drauf und dran da fehlt die zeit und ja jetzt bin ich eigentlich mal ein bisschen dazu gekommen endlich mal weiterzumachen oder ich komme jetzt nicht mal dazu überhaupt weiterzumachen ich weiß noch gar nicht wie weit was heute irgendwie bringen nur dass ihr da schon mal bescheid wisst ich muss jetzt mal reinkommen was haben wir denn überhaupt als letztes gemacht war das gemacht haben wir hier nicht ist echt jetzt wirklich reingucken um mal ganz kurz zu sagen wie weit ist oder was wir weiter machen was wir weiter gemacht was wir zuletzt gemacht haben so ist es richtig und zwar acht den typen verfolgt der typ mit der kutche verfolgt der uns da ab jetzt mal abgehauen ist der mr dredge das war der letzte stand den wir heute gemacht haben und dann wie gesagt damit alle herz ist gekommen und mann paar schläger die wir verjagen nein mache ich nicht dieser weg endet nicht gut wenn ich fertig bin dann haben nicht mehr zu retten geschuldigung so ich muss überhaupt erst mal wieder in dieses spiel reinkommen ich brauche ein fein ich muss mich noch kurz mal da vorne oder nee ist kein fein was macht man denn heute überhaupt ja das ist die große frage ich glaube ich muss mich überhaupt rein genau perl anyway die haben wir glaube ich zuletzt geschlagen oder beziehungsweise die haben wir soll jetzt besiegt kopfgeldjagd da machen wir mal eine kopfgeldjagd zusammen kommen das war überhaupt mal wieder ein bisschen in das ganze ding hier rein kommen überhaupt und mal so ein bisschen wieder uns zu rechten polizei die sind auch interessant ich musste gerade mal gucken aber hier noch mal hochkommen ja mit x kommen wir hoch okay wie gesagt ich bin sehr lange schon mittlerweile raus ich kann ich mal die letzte folge gab aber jetzt geht es ja hoffentlich bald weiter ich weiß noch nicht wie es regelmäßig ich hoffe es zumindest ist es sehr regelmäßig passiert kann es aber natürlich nicht versprechen weil ich jetzt paar tage frei habe kann ich jetzt wieder ein bisschen was tun müssen aufnehmen kommen wir wieder ein bisschen dazu warte mal wir waren das jetzt gerade mit der warte mal ich muss mich gerade ganz kurz eben an die steuerung an die steuerung rein ah adle auge l3 okay das war der das war das was ich wissen wollte weil wir einfach mal kurz nimmerblick und schaffen wollen wie das mit den feinden ist okay die machen gerade unsere hat so oft immer sie doch davon hat er hin ich bin frei ja Ach, leck mich doch einmal, Schäuze. Der holt jetzt einfach oder was mit der Kutsche? Oh, der ist weg. Verfürchte ich jetzt zumindest. Der ist jetzt, glaube ich, schon weg, der Jungen. Komm, den holen wir uns nochmal zurück. Gut, dass die Jungs wieder an den... Dass die wieder an den letzten Punkten spawnen. Ich mach nochmal kurz den checken. Das Problem natürlich, dass der jetzt da... Dass der natürlich jetzt... Ach, das ist natürlich super, dass der jetzt natürlich da genau in den Moment herkommt. So, ich nehme mich mal kurz noch mit. Ja, das ist mein Problem. Wo ist denn der? Das ist doch nicht vorbei. Bruder, ich bin frei. Ich sehe sie. Das ist doch nicht vorbei. Bruder, ich bin frei. Tschüss. So, jetzt hol ich mal den einen noch. Ach, komm mal jetzt. War was? Ach, da oben ist noch ein Scharschütz. Jetzt sehe ich gerade, was da überhaupt noch... Was überhaupt noch Sache ist. Da oben ist noch ein Scharschütz. Deswegen hab ich nicht weiß, dass ich dachte, ich... Oh, da nimmst du noch mit, den Gott sei Dank. Flint Nushi, komm her jetzt hier. Ja, ich komm hoch zu dir. Komm her, warst du Service, nicht? Oh, tschüss. Ja, ich bin verschwunden. Ich stehe... Der zweite. Sind wir den auch noch mit? Bitte. So, kurz mal... Weil ich hätte auch drunter gehen können. Ich will mir kurz eben... Mal kurz eben... Was denn das? Ach, da oben. Okay. Ich wollte in die Kiste kurz gucken, was da noch irgendwie mit drin ist. Klop. Mal mal auf. Das Spielchen. Unser Ziel ist es ja, wie gesagt, die ganzen Stadtgebiete nachzuerobern. Die wollen wir ja mitnehmen. So, einmal mitnehmen. Ja. Sorry, mein Controller spinnt wieder ein bisschen. Och Mann, ja, spielt doch weiterhin mit. So, jetzt. Wir sollen den beiden über den Controller am und an spinnt der immer ein bisschen. Wollen wir noch ein Fahrzeug stehen? Ach, 200 Meter weg. Ernsthaft? Ich habe nichts getan. Ich nehme mal mit. Nö, bin ich nicht. Ich wollte dich nur kurz mitnehmen. So, jetzt. Ich verstecke das Ding mal. Verstecke den mal in einem Fahrzeug. Ja, zwischendurch sind ein paar Freunde, die gerade hinter mir sind. Also, die wollen mich jetzt gerade echt. Ich nehme mal in einem Fahrzeug. Klung. So. Jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. So, ich muss gerade mal ein bisschen bremsen, weil ich gerade kurz gucken wollte, wo die Einfahrt war. Die sind hier irgendwo. Hier. Und abgeliefert. Das ist wirklich nicht gut. Ja, da haben wir noch nie mal was gemacht. Ja, ich habe die Aufgabe abgeschlossen. Das ist das Allerwichtigste. So, damit haben wir das nächste Teilgebiet für uns Goal. Und zwar die City of London als erster größere Stück. Ja, viel ist zwar. Ja, gut. Das ist doch das ganze Stadtgebiet hier, ne? City of London. Und das Trend. Was haben wir hier noch? Gangquartier. Hm. Was können wir da noch was machen müssen? Wir sind Level 6. Das ist der Vorteil. Und wenn wir gerade schon mal hier sind. Wollen wir trotzdem feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Assassin's Creed Syndicate. Und dann machen wir das Gangquartier da oben.